dann gehen wir doch direkt mal in kapitel 2 rein das ist eine nachricht von die komate erhalten der andere proxy ist da ja ich bin gerade angekommen wo wir sprechen wir diskutieren strategie wie du siehst haben wir jetzt ein klares bild ich hätte nicht erwartet ich hätte nicht erwartet dass das das der täter wäre gerüchte verbreiten den köder platzieren und den gegnern eine verlocken wirklich eine geniale vorangehensweise das sind erfahrungen die ich in den vielen jahren beim streunen durch die straßen gesammelt habe ich hätte nicht so gehandelt wenn die situation nicht so brenzlig gewesen wäre ich wusste auf dich ist verlass nekomata proxy bist du bereit ich möchte loslegen um weitere schlaflose nächte zu vermeiden du hast meine schützungen unterstützung 1 2 3 wovon spreche eigentlich zwei tage hintereinander ist das griffleisch aus meiner schüsselnudeln verschwunden als ich kurz nicht aufgepasst habe und jetzt bin ich gerade nekomata begegnet sie hat mir bei den ermittlungen geholfen und den übertäter schließlich überführt es war diese katze wir wollten uns an seinen bauch heranschleichen als entschädigung dafür dass ich zwei tage hintereinander ein kein griffleisch schon konnten griffleisch essen konnte ich dachte ihr redet über einen auftrag das hätte ich fast vergessen ja ich bin ja hierher gekommen um mit euch über neuigkeiten zu dem auftrag zu sprechen lasst uns über in euren laden weiter reden das lange rumstehen macht mich ganz müde miau nachdem ihr drei nacheinander den bauch der katze gestreichelt habt geht jetzt zurück in die videothek und den komata von ihrer begegnung mit ollie erzählt die gangsters haben die looten lost äther resources all over the hollows for quite some time their methods are cruel and they've amassed a substantial fortune no precinct in any jurisdiction has been able to pin them down because they roam around so the case remains unsolved so here's what i'm thinking first of all we put out the word on internet that there's a large commission to recover ether resources the commission which you and the proxy got involved with last time then we use ether resources from our evidence room as bait and set a trap by placing them in the hollow finally we wait for the gangsters to take the bait and then apprehend them all inside the hollow sounds pretty solid then what okay well then then we officially adopt this as our battle plan oh well done then it seems like you have a real talent for organizing plans it's just 11th precinct also wants in and i've been promoted to head up the joint operation why did you say just you're starting to make me nervous you see only the 11th precinct has access to the ether resources and evidence i'm about to go undercover into the hollow to set up the trap with two strangers from the general affairs department who i've never even met before and my weakness will be exposed the second we run into any ethereals and they won't exactly help me hide it and then once my boss hears about it i'm betting once again i'll so what it's not like i can go meet them in your place cry and beg all you want but i'm not gonna do anything that risky of course i'd never dream of getting you to do such a thing miss nekomata as a case consultant i just need you to take care of any ethereals along the way so we can safely lay our bait case consultant sounds more like a bodyguard oh not at all think of it as being temporary unofficial personnel for public security i've already filled in everyone back at the precinct about the case consultant who will be helping out with the operation it's really stressful working on an operation alongside this many officers kind of regret agreeing to help you oh please don't say that this operation really needs you miss nekomata what if we use remote comms to keep in touch and you can help me from a little further away then you won't have to talk to the other officers if that's an option then i'll consider doing it by the way this case consultant thing is there anything else i need to know about as you're effectively temporary unofficial personnel for public security you'll need to comply with basically the same rules that current officers do you'll be fine you just need to memorize this simple 476 page new officer training manual is something wrong i know what to do so just leave everything to me yeah and so that's what happened when i met a lie just now you don't want to take an example before this book anseo nikomata correct me if i'm wrong but you aren't going to read that manual are you course not we want to learn how to be a public security officer by reading all that All I have to do is work with the officers from Public Security. It's no big deal. I'll just brush up on a few things beforehand. There's still some time before Ali's mission, so I'll go study nearby and give you a buzz when it's time to go. Oh, she's gone. She said she was going to study somewhere nearby. How does Nekamata plan to study, exactly? Why don't you go find out, Wise? That way you'll be more confident going into the holo with her. Ah, whoo. I'll probably just go with the other cats chill. Oh. Oh, du bist es, Boxy. Du schleißt dich so heimlich an. Du hast mich zu Tod erschreckt. Was machst du hier? Du bist ein Lernet heimlich lauschen. Hey, du solltest das nicht so unschön ausdrücken. Schau. Die beiden Offiziere da drüben sind anscheinend dabei, über ihre Arbeit zu sprechen. Da habe ich die Möglichkeit zu erfahren, wie sie miteinander kommunizieren. Ich habe nichts dagegen, wenn du auch Schaum willst. Aber du musst dich auch noch fertig verhalten. Star sieht doch nicht so an. Du tust, als würdest du mit Nekamata am Straßenrand auf jeden jemanden warten. Ich habe gehört, dass ihr bei der Aktion mit dem Codenamen Mitternacht neue Entdeckungen gemacht habt. Ich melde mich wie befohlen. Ich bin Dörrmann von der Verkehrsverwaltung des 12. Reviers. Das ist die Liste der Personen, die in diesem Verkehrsunfall involviert sind. Die ganz kumme gefallene Fahrer steht unter Verdacht, im Zusammenhang mit Mitternacht zu sein. Danke. Es ist nicht nötig, so von mir zu sprechen. Ich bin zwar für diesen Fall zuständig, aber ohne die Unterstützung der verschiedenen Bezirke und Abteilungen werden unsere Untersuchungen in kurzer Zeit, äh kurzer Frist, keine Fortschritte machen. Frau Whitney, du bist zu bodenständig. Nicht der Rede wert. Das 11. und 12. Revier haben immer gut zusammengearbeitet. Das ist alles, euch zu verdanken. Ich werde diese Informationen ins Revier bringen und überprüfen. Bitte behaltet den unmächtigen Fahrer weiter im Auge. So wird also ein Offizier miteinander kommuniziert. In Ordnung, hier gibt es nichts weiter zu sehen. Ich gehe woanders hin, um mich umzusehen, umzuschauen. Lass mich beraten, auf der anderen Seite. Kiosk. 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 Was machst du hier? Psst, du bist so laut. Dort drüben. Die beiden dort drüben, die am Plaudern sind. Sie tragen zwar keine Uniform. Sie sind aber eindeutig Offiziere im Jahr. Wie solltest du meinen Katzen entzinken vertrauen? Ich muss dir das Gespräch mit Nekomoto zwischen den beiden Offizieren an. Pffft. Hey Arno, hast du schon gehört? Weit von einer 2 der Kriminalabteilung wurde in das benachbarte Revier versetzt. Was? Er wurde ins Elfte versetzt? Na sowas. Dann hat er sicher eine Menge zu tun. Dass die Kriminalitätsrate deutlich höher als bei uns. Die Rate ihrer gelösten Fälle ist aber auch sehr hoch. Wir wissen echt wie es geht. Absolut. Wir sind alle aus dem selben Jahrgang. Und jetzt wird er vielleicht in ein paar Jahren zur Hauptzentrale im Bezirk Janis befördert. Ich stecke wohl jetzt fest. Aber habt ihr nicht diesen Monat auch einen großen Fall gelöst? Es war eine bezirksübergreifende Festnahme. Der Fall gehörte dem 8. Revier. Nachdem wir den Verbrecher geschnappt haben, hatten wir nicht mal die Zeit für ein Verhör und er wurde von anderen Kollegen mitgenommen. Daher hat der Fall letztendlich überhaupt nichts mit uns zu tun. Das ist belastend an der Stelle. Eigentlich habe ich jertümlich gedacht, dass dieser Fall für uns angerechnet wird, aber wenn es keinen Grund zur Sorge für den jährlichen Bewertungsbericht gäbe. Aber jetzt weiß ich nicht mal, was ich mit diesem Selbstbeurteilungsbericht schreiben soll. Naja, das ist schwer. Letztes Jahr hat jemand im elften Revier einen Bericht mit 10.000 Wörtern geschrieben. Ah, Moment, wird. Ja. Vielleicht ist die Hauptzentrale jetzt strenger bei der Wortwahl. Ach ja. Gene. Deine Freundin arbeitet in der Abteilung für allgemeine Angelegenheiten des elften Reviers, oder? Habe euch in letzter Zeit kaum zusammen gesehen. Ah, sie hat in letzter Zeit viel zu tun. Die Abteilung für allgemeine Angelegenheiten muss häufig Aufgaben für die Kriminalabteilung erledigen. Und es gibt im elften Revier eine Menge Dinge zu tun. Außerdem stehen die Offiziere der Kriminalabteilung unter gewaltigem Druck. Weshalb die Leute in der Abteilung für allgemeine Angelegenheiten häufig hier rumkommandiert werden. Ah, das erinnert mich an etwas, dass wir in der Hauptzentrale geholfen haben, wo wir auch häufig wie Dienstboten behandelt. Ernst jetzt? Ich wünschte, ich hätte einen umgänglicheren Vorgesetzten. Nun, es scheint, dass es im Alltag der Sicherheitsbehörde auch eine Menge trivial und lästige Angelegenheiten gibt. Kann man diese Sachen ein Nutzen? Natürlich! Jeder, der sich schon mal auf der Straße durchschlagen müssen, weiß, dass wenn man jemanden tatsächlich kennenlernen will, muss man wissen, wie er wirklich lebt und denkt. Obwohl diese Offiziere nur am Plaudern sind, enthüllen sie doch einige hilfreiche Informationen. Zum Beispiel, ach scheiße. Wenn das der Fall ist, brauchen wir gar nicht nervös zu sein, wenn wir während der Mission mit ihnen sprechen. Das hier gibt's Sinn. Na, haha, mein Lernen scheint sich doch zu lohnen, oder? Ja. Ich habe genug nützliche Informationen für die Operation später gesammelt. Ich werde mich vorbereiten. Wir treffen uns dann am Eingang der Höhle. Nekomata hört auf zu reden und geht. Ja. Ab in die Höhle. So, Feuer physisch. Physiker haben wir schon. Officer, touch me. Need some. To what do I owe the pleasure? I'll beat everyone! I'm at your disposal. Time for some tail care. Good day. Touch my tail. I shall follow your orders. Standing. Tsukaku, ready! Is it work time? Is food included? Ich muss gestehen, die etwas sanftere Tsukaku ist mir tatsächlich lieber. Also diese komplett aufgedrehte. Be Webh fit und えer. Das sind unsere turn. Das ist doch klient, ja Attitivap. interceptich im integ publik. Das stimmt. Ich mach gut hinter dich. DuОfter aus. Ellerst einem run! Ding Elsa! Ich würde das irgendwie train sein. Denk, wer es nicht? Ich komme aus. Ich bin selber. Ich bin unserениletcomb. Ich bin hier vorne. Das ist mir klar. 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 Ops. Ops. Got it, Jack. No problem. Yep. I'm up. At your service. Got it. Yeah, good. The Nicomata is a bit overkill. Im Vergleich zu meiner Ellen. Get back. Try my core. The perfect back. No problem. You can escape. Time to start for my claws. What? What's your back? I got you. I'm down. Can't lock. Man muss halt einfach nur ausweichen. Wir sind nur auf 0.2 Punkte. Und Combat Scores sind wirklich nur für internalen Use, irgendwie. Sie sind wert in der Realität. Ihr Precinkt's High Rate of Closing Cases? Das ist die Real Achievement. Ja? Ich hörte, dass du ein Wopper von der Kase ein bisschen vorhin hast, doch? Du hast wahrscheinlich gedacht, dass die Inter-District Raids carried out by die 14th Precinkt, richtig? Wir können keine Kredit für das. Ah, ich verstehe. Das ist echt ein Schade. Right? Wenn wir nicht diese Gangsters in der Aetherloot sehen, dann ich weiß, was ich in meinem Anwalt Report dieses Jahr werde. Wow, sogar ein Elite Officer wie dich selbst muss sich über die Anwalt Report zu schreiben. Ich fühle mich, du bist jetzt einer von uns. Es ist viel schwerer zu sein, als zu sehen, als zu kriminellen in den Hallows. Aber die Wurl-Limit für die Anwalt Report dieses Jahr wurde reduziert, dankz zu all der Spam deine Precinkt put out letzte Mal. Pfft, das war eigentlich Huggins over hier. In his report, he wrote out 20 times, Being a Public Security Officer is the greatest job in the whole world. Becoming a better officer is my core meaning in life. Delaney? You swore you'd never tell anyone about that. Anyway, it's better than what you wrote. If you can't afford to raise my salary, I hope you raise my pension by 20%. But that's what I really thought. You two are sure interesting. Huh. I never expected Miss Nekomata to know so much about our inner Precinkt gossip. It's like I didn't even need to come along at all. Isn't that a good thing? Why you can't know self-pitying? Huh? Officer Oli, what's that about pity? I meant, there's nowhere good to place those Aether resources here. And that's a real pity. Ah, you're right. Let's push on and check out our next option then. We probably shouldn't deploy here. It's too dangerous. Next, let's go over there. 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 We've reached the deployment point. Setting up the bait now. Oh, no. Gerne. Runter, rechts, hoch, runter. Hoch. Aha. Gucken wir uns an. Gehen wir nach oben. Natürlich gibt es vier Reels in unserem Weg. Rein da! Und Arschritte verteilen. Wirklich jetzt. Wirklich jetzt. Ich bin auf. Ich bin auf. Ich bin auf. Es wird mich auf. Das war's für heute. Ich glaube das hier so ein bisschen wie Beidle funktioniert Steigert Oh da Das war's für heute. Achtung! Das war's für heute. Okay. Okay. Okay, get off of me. Get lost! Sie kann's halt trotzdem noch. Und raus hier. So, Place 2 wasn't a choice as well. I thought one of the first two locations would surely be suitable. Lucky we didn't spend too much time on them. It's so nice to have such an elite on the team. Officer Ollie, you've achieved incredible success at such a young age. Could you tell us which school you graduated from? Which school? Oh, right. This is me. Argyle's campus. Yeah, it was Argyle's campus. Hey, isn't that the school where tuition is free? Huggins, watch your mouth! Sorry, Officer Ollie. Huggins didn't mean anything bad about your old school. It's just, you're so skilled we thought you must be from an elite academy. So, which year did you graduate? Oh, that's me again! Class of 45! Class of 45! Class of 45! Huh? 45? Wasn't that years ago? The graduates from that class must be nearly 40 now, right? Yeah! But, ma'am, you don't even look 30, let alone 40. Oh! Awww.... Ah! Ah! Oli, now's not the time to go blank! Hurry up and think of something! It... I just... I... Hang on. Officer Ollie, Could it be that your real identity is in fact... M-My real identity? A child prodigy who skipped grades to get into the academy super early for her age? Huh? Uh, you got me! I can't hide anything from you! I was actually an orphan who was taken in. My foster mom was always so kind to me, but she made some bad investments. So our finances were never good. Ah, I see. So you're the oldest in a family with lots of foster siblings. You lived in a tiny house at the mercy of the elements, your whole family squeezed into but a single bed. As the oldest kid, you'd secretly eat moldy crusts while carving off the good bits of bread to share with a smile for your younger siblings. Wow, sounds like an old soap opera. That's why. To keep costs down at home, you chose to enroll at the Argyles campus, which has lower age limits and free tuition! Actually, you pretty much nailed it. But lots of company-affiliated schools have free enrollment too. Why'd you decide to become a public security officer? Hmm, well, before I went into foster care, I wasn't a good kid. This one time, I overestimated my abilities against a really bad person, and nearly ended up losing my life for nothing. But even with all that, someone still stood up for me. Protected me, and accepted me. It might have been unintentional, but for me, it was like coming home to a dream home. So if I could, I also wanted to protect something with my own hands. To pay it forward. I understand. You chose to become a public security officer to protect others. No wonder you're in charge of this operation at such a young age. Your morals are beyond reproach. I only became an officer to show off to the ladies. I'm just a piece of dirt compared to you. Yep. After hearing about your past, I realize I really don't have any dreams of my own. I only took this job for its pension perks. Don't be like that. I think it's good to have dreams based in reality. Besides, our reasoning for joining the force might be different. But aren't we all fighting to protect this city? Day in, day out? Wow, Officer Ali. You're so kind. As a fellow public security officer, I'm filled with pride. I'll have to redouble my efforts to be deserving of such words. Sorry, ma'am. Huggins gets emotional easily. Don't mind him. Let's push on and check out the next location. This area is prone to spatial displacement. Not a good spot. Let's head to another deployment point. Master, I haven't detected any anomalies here. This location is suitable to place bait. Perfect. Absolut. So, zusammen mit den beiden Sicherheits-Offizieren arbeitet ihr hart, um Ausrüstung zu transportieren und den Köder auszulegen. Zu dem Zeitpunkt musst du unwillkürlich insgeheim darüber nachdenken, dass es wirklich schön wäre, wenn Oli wenigstens bei dieser körperlichen Arbeit Hand anlegen würde. Erfolg, Schluss mit der Arbeit. 城-Offizier auszulegen Framework- Reporting in, Officer Oli. Our Aether resource trap has been set. Great work. So it's done. I didn't think talking with those two would be so tiring. Warum? You need real experience, or also see through you. Your words will lack conviction. You have to understand the character you're playing. Adding a hint of real life experience works best. Balancing truth and fiction. So that's it. No wonder your story was so touching. It's because it's a true story. Hey, don't just assume other people's experiences. I said add a hint. Anyway, if you hadn't messed up giving up the info, I wouldn't have had to go through all the trouble. I'm so sorry, truly. Hang on, I think I hear something nearby. I... Huh? Oh, wait, did you copy? What's going on? Warning. Large numbers of ethereals are converging near the client's location. Hypothesis. This area experiences spatial anomalies that teleport in ethereals from other locations. What? Now of all times? I'll come up with something. As long as you can open them all for a few minutes. What do you mean by come up with something? Officer Ollie, you've seemed a little absent-minded right from the get-go. That's... Ahem. You're right. I've actually had something on my mind. The key to this whole watch-and-wait operation revolves around whether or not these gangsters actually take the ether bait we've laid out for them. That's why I think before we withdraw, we should check nearby for signs of anyone suspicious. To guarantee that nobody notices anything about today's operation. Gangsters can be tricky after all. Ah, I see. Drawing on such rich experience? No wonder you're leading the operation. It's just... You've helped me out so much today running around these hollows. And now, I'm asking you to go the extra mile. It feels... bad. No, really, it's nothing. Guaranteeing safe operations is what public security officers do. It sure is. I have the greatest respect for you, Officer Ollie, so just give us the order. Alright, here's what we'll do. We're gonna split into two groups and search for signs of anything suspicious nearby. If we find anything, radio the other team. Yes, ma'am. Thank you so much for the improvisationstalents. Thank you so much for the support of the two Sicherheitsoffiziere. To be sure it would be better, to give them a few additional instructions. What would you do to do with the two of them? How would it be, if you both... ...we'll be closer to the left side of the 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 side? Really? Yeah. Yeah, yeah. That's right. It's a sense. It's definitely safer if both of them stay together. So, well, then we'll do it like that. The two Sicherheitsoffiziere nicken 60. Abfahrt! So we'll go that way I'm with you Proxy, we have to go rescue Oli These are definitely Oli's footprints Oli the arse retten, so we can end the thing here Oli's footprints We want to go from A to B kommen At your service. You can stop shaking now, everything's fine. Miss Nekomata, Proxy, you made it. Oh no. If you're here, does that mean the entire operation has failed only because of me? It hasn't failed. I managed to think up a way to send those two off. I'm completely exhausted. You know, you better take responsibility for turning a simple operation into such a mess. If you can't break the case and get our commission fee, I'll never let you off the hook. You got that? You got that? Ollie? Ollie, answer me! Looks like Ollie's still in a state of shock. No, I'm feeling okay now. I just can't stop thinking about something. Has teaming up with you all, or rather my idea of receiving a commendation, been unrealistic from the start? Watching how you handled things over the course of the operation today left me thinking. You can easily deal with anything that gets thrown at you, but I have only caused you trouble. I got the meeting place wrong, I can't even protect myself from ethereals, and I can't even provide you with the right intel when you need it. Hey, Ollie! That's enough grumbling for now, okay? Nobody can easily handle every single thing that gets thrown at them. Didn't I tell you before? I almost ended up losing my life for nothing thanks to one bad guy. I wasn't lying about that. So there's actually lots of things I can't do. There are traces of ethereals all around you, Ollie. You must have wiped them out in a panic, right? Uh, really? I-I didn't even notice. Ollie, you were the one who came up with using Internaut against these gangsters. You were the one leading this operation, and you were the one who took down these ethereals just now! Who kept yourself alive until we got here! Don't you get it? You're nowhere near as bad as you think! Stop being so hard on yourself, and turn your personal experience and your personality into your very own secret weapon! Huh? It's a message from those other officers! Yes, this is Ollie. What's going on? Ma'am, your intuition and foresight are truly remarkable. Huh? Ma'am, not long after we split up, we spotted this sneaky figure around the setup point, so we apprehended him immediately. This kid was dressed up like a gangster. He might have something to do with the gang we're looking for! Where are you right now? We'll head to you immediately, and we can go to the 12th precinct together! What? Going to the precinct together? Delaney, Huggins, wait a sec. I'm really far away from you right now. Why don't you take him back to the 11th precinct? That, uh, it wouldn't be proper. It's totally fine. You two apprehended the suspect, so the credit's all yours. You should take him back to the 11th precinct for interrogation. Go on now, quickly! I've just taken on another assignment! We'll be watching closely as to how your interrogation goes. Good luck! Alright. Thank you, ma'am. Great work. That's weird. They only mentioned it offhand. They never thought they'd actually catch a criminal. If you go back with them to their precinct, Dolly, it'll blow our cover. So we have to give them the credit for this arrest. But I'm a little anxious about the outcome of the interrogation. So dust yourself off and hurry back to your precinct. Contact me the moment you hear anything. Okay, you got it. That's it. That's all. That's all. Okay. Nice. Trotz anderer Levels, sehr gut durchgezogen. Ich bin kurz weg. Proxy, Olly's already headed off. Let's call it a day as well. I'm so tired. Forgive me for not taking Eos back. I never expected you to be such a great teacher. Hey, come on. What are you saying? Even my ears are blushing. I mean, we've put in a lot of work today. If we leave them now, we'd be throwing away our investment. How can I put this? Whenever I used to see a public security officer, I would just avoid them. But after working with these two, I realized they're just a bunch of average Joes. You've also been running around all day, Proxy. Thanks. I bet we'll be getting a message from Olly sometime soon. Let's get some rest for now. I'll contact you if I hear anything. Okay. zu werden. Übrigens, Weiss, was hältst du von dem Kerl, den die Offiziere vom 11. Revier erwischt haben? Das wird ziemlich überraschend. Ja, ich finde auch, dass es etwas zu zufällig ist, dass dieser Kerl genau zu dem Zeitpunkt auftaucht. Hm. Vielleicht können wir durch die Befragung dieses Kerls Hinweise darauf bekommen, wen die Sicherheitsbehörde eigentlich sucht. Ganz gleich. Wir warten jetzt einfach auf die Nachricht von Olli bezüglich des Verhörs. Eine Pause machen. Geschichte pausieren. Dankeschön. Bis gleich.